so weiter geht der vorige Part war etwas kürzer um und ja ist nun voll entwickelt, bereit die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor so haben sie das Spiel zur Nahrungsquelle geschafft wir machen jetzt das hier yeah ähm okay so ja was soll wir dazu Fettlern ändere mit ja 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 müssen wir etwas gehen springen, gleiten bezaubern was gibt es denn hier alles noch? Neues gibt es hier viel Neues? ne mag gleiten 4 das nehme ich oh oh das schaut awesome aus oh ja das passt richtig geil Entschuldigung dass der vorige Part ziemlich kurz war aber äh irgendwie ist es immer so geil wenn eine Phase abgeschlossen wird so so und ich sollte uns eben größer machen so machen wir uns hier ein bisschen größer ähm Unterknoten machen wir das machen wir das was drauf so ähm ja kommen wir hier nicht so wir sind für die nächste Phase bereit ähm 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 ok genius der stock der stock des todes ja kommt her Leute ja 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 so so wurde das Feuer damals entdeckt ja Leute genauso ja und genau so passiert das auch mit dem Feuerstab damals müsst ihr merken scheiß auf alles Biologie was ihr gelernt habt das ist du stehst nur kurz vor der Stammesphase Stammesphase coward blut Mann blut 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 fotos der blut blut joh له n m ja klar invested Glas 17 den Kopf und der Herrschaft über das Feuer betritt das Seil oder Werkzeug und Trommel Rhythmen aber Vorsicht bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen sei vorsichtig wie Felix jetzt ein Ostrim stammt mit drei Mitglieden du kannst Einzelmitglieder an der Anwesung ausführen ok interagiere an der Stelle um seine Vorstellung ok die Stamms was zu verstehen was bauen wir hier klicke auf das Hutsymbol um das Stamm und das Menü einzublenden ich kann mir ja gar nichts leisten ich kann die Kamera über die ganze Welt ok 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 sooo ok ich sehe noch Schwächlinge attackiert die hier Feuerbomben gut klicke auf das Hüttensymbol und Kamera wieder auf den Stamm zu richten ich wollte angreifen wo ist ein Hüttensymbol oh klicke auf das Porträt des Stamm mit dem Stammesliste klicke im Auswahlrecht um mehrere Stammeskirche so ja 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 und jetzt die Grundlagen sind klein dann gehts los um was zu messen ok hier ihr drei attackiert den dort da 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 äh 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 da will ich bin nicht anders attackieren kann ich sie nicht steuern hm so blöd die das ja ja genau jetzt auf die auf die ja dann Sound of the air Okay Okay Äh, ich bin noch ein bisschen verwirrt. So. Bring das Essen zum Stamm. Habt ihr das richtig verstanden? Äh, okay. Okay, ich verstehe schon. Gut, dann hat er den hier auch. Dann hat er den hier. Jetzt nimmt das Essen. Nimmt Essen. Oh, okay, ziemlich cool. Ziemlich cool irgendwie. Das ist echt geil. Also ich hab die Stammesphase jetzt wirklich noch gar nicht gespielt. Ähm, ja. Was ist das? Orko. Also du. Du da holst noch mehr Essen. So. Äh, lol. Äh. Ein rivalisierter Stamm des Gezotiot-Planeten entwickelt. Ist da ein... Okay. Okay. Oder wir tieren mal was bauen. Eine Sammlung. Optionen. Nein. Ähm. Wir baue ich hier was. Bauern. So. Hä? Verkaufen. Verkaufen. Ah. Ah, okay. Hier, holt euch. Hier, drei. Geht essen ein bisschen. Kommt. Ihr drei. Essen. Du bist der Dritte. Kommt essen. Ist ja die zu blöd dafür. Kommt du, geh essen. Hä? Ist er so blöd oder stellt euch nur so blöd? Holt euch Werkzeug. Ja, warum kann er sich auf einmal Essen holen? Brav, du auch aber. So. Ähm. Was steht jetzt? Der nächste? Wo? Äh, ja. Ich muss noch ein bisschen damit spielen. Hä? Äh. Könnt ihr euch keine Sterne extra holen oder so? Komisch. Komm, attackiert ihn mal. Okay. Du, attackest den. Komm, ganzer Stamm attackiert. Hier. Okay, wir, wir auch in die Uhr. Go. Go. Ja, renn nur weg. Wir brauchen das Essen. Bring das Essen. Zurück. Du, 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 du. Ne, 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 ne. So, jetzt kriegen wir Essen. Ja, brav. Noch Meißen holen. Kommt. Den könnt ihr auch gerne umbringen vorher. Äh, ja. Bring den um und den dann auch. Willst du hier wollen dein Futter? Was? Sackiert die. Wo wollen die unser Futter stellen? Muss ich ja gar nicht. Gerda? Nicht unser Futter, oder? Wenn die das hier? Oh. Achso. Ja, die. Okay, die. Der wollte, der hat uns hier unsere Futter gestohlen. Legt hin, meine Genossen. Die, alle drei, die. So. Komm, seid ihr zu blöd, die zu töten. Na, komm. Jetzt sollt ihr hier essen. Alle drei. Brav. Er will nicht mein Futter stehlen. Niemand. So. Musik will ich ihn danach besuchen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ähm, ja. Ja, ich würd sagen, das war's eigentlich mit diesem Part, Leute. Ja. Also dann. Wünsch ich euch noch viel Spaß. Tschö.